Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im DOMRADIO. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Anna Schäfer wohnt und arbeitet in Hamburg. Sie ist unter anderem Bildungsreferentin für Jugendpolitik und Prävention bei der jungen Nordkirche. Sie haben uns gesagt, an Ihrem Beruf reizt Sie die Möglichkeit zu haben, sich permanent weiterzubilden, regelmäßig neue Menschen kennenzulernen und an aktuellen Themen arbeiten zu können. Aktuelle Themen, Anfang Oktober, da haben Sie ein Barcamp veranstaltet, um rauszukriegen, was Kinder und Jugendliche sich von der Nordkirche wünschen. Was haben Sie da gemacht? Was war da los bei dem Barcamp? Wir haben Jugendmitarbeitende und Menschen aus der Arbeit mit Kindern zusammengeholt im Lübecker Dom und haben mit denen mal geguckt, welche Themen bringt ihr aus eurer Arbeit so mit? Was ist interessant? Was müsste man weiterentwickeln? An welche Hürden stoßt ihr? Und durch diesen Barcamp-Charakter, da kommt man hin, da bringt man sein Thema ein und dreht das mit Kolleginnen und Kollegen. Dadurch bekommt man ganz neuen Einblick in die Themen und in die Arbeit. Und wir haben zum Thema Kirche inklusiv gearbeitet. Wir haben zum Thema Schule, Kirche, Ganztag gearbeitet, aber auch Mental Health und Resilienzförderung. Viele junge Menschen sind immer angeschlagener. Und so kam ein ganz buntes Programm von Menschen mit, also von den Themen, die die Menschen aus der Nordkirche mitgebracht haben zusammen. Das war einfach wunderbar. Und mit welchen Ergebnissen gehen Sie dann auf so einer Veranstaltung? Also manchmal kommen wir mit Ideen, was wir vielleicht auch auf Nordkirchen-Ebene als Fachstelle anbieten sollten. Beim Thema Resilienz werden wir jetzt Mental Health Coach Ausbildung anbieten mit Josefsteil zusammen. Die machen das schon länger. Als Ausbildung für junge Menschen beziehungsweise Hauptamtliche werden in der Begleitung psychischer Krankheiten fortgebildet und geben das an ihre Teams weiter, die dann mit den mit den Teilnehmenden im guten Kontakt auf Freizeiten am Wochenende und wo wir alle so unterwegs sind. Nächste Barcamp schon geplant? Ja, in 2027. Wir machen jetzt einen Dreierrhythmus und werden 2027 voraussichtlich das nächste Barcamp haben und dort die Menschen miteinander vernetzen. Sehr gut. Frau Schäfer, schauen wir in die Bibel, Lukas-Evangelium, Kapitel 21, da hören wir die Verse 12 bis 19. Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, man wird Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern, vor Könige und Stadthalter bringen, um meines Namens willen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch also zu Herzen, nicht schon im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen, denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Lukas 21, die Verse 12 bis 19 haben wir gerade gehört. Frau Schäfer, warum ist Jesu Rede über die Endzeit hier mit diesen furchtbaren Bildern verbunden? Ja, mein Eindruck ist, dass Jesus sehr bewusst ist, was für eine schwierige Situation auf die Jünger zukommt. Also wir waren jetzt lange unterwegs und Jesus wird sterben und er redet von der Endzeit. Und ich glaube, er möchte sie auf den Worst Case vorbereiten, auf den schlimmsten Fall. Gleichzeitig ermutigen, aber auch zum eigenen Wort und zum Handeln zu stehen. Und ganz egal, wie schwer das wird. Am Ende ist Gott mit den Jüngern und gibt ihnen Rückhalt in Wort und Tat und verspricht ihnen, über das Leben hinaus ein neues Leben zu gewinnen. Stehen die Aussagen Jesu hier nicht im Widerspruch zu dem, was wir heute unter christlich verstehen? Was genau verstehen wir denn heute unter christlich? Das ist ziemlich schwierig. Ich habe mir überlegt, wenn christlich bedeutet, dass wir uns auf das Leben und Wirken Jesu Christi berufen und nach seinem ethisch-moralischen Kompass handeln, dann steht nach meiner Meinung nichts im Widerspruch. Dann ist es eine Herausforderung, auch bei Widerständen, egal ob gesellschaftlich oder in unseren Gemeinschaften und Gemeinden, in unserer Familie. Wenn wir meinen, das richtige Wort und die richtige Tat zu tun, dagegen wird es trotzdem zu tun. Egal, wie viel wir davon bekommen. Und da ist auch die Zusage von Gott, wenn ihr standhaft bleibt, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Also steht zu dem, was euch wichtig ist. Okay, sagt Anna Schäfer von der Evangelischen Nordkirche in Hamburg. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.